Genau, jetzt tun wir da ein bisschen schütteln, hier. Bob, alles okay. Das gehört dazu. Hier, hier. Ja. Du blutest ein bisschen am Auge, das ist ganz okay. Das legt sich dann wieder. Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Surgeon Simulator. Heute widmen wir uns der nächsten und vierten Operation bei unserem lieben Bob. Und zwar eine Augent... Oh Gott, schaut euch dieses Bild an. Das wird mit Sicherheit sehr nett, diese Augentransplantation. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und gleich mit epischer Musik. Oh, da haben wir gleich ein paar Äuglein drinnen. Da müssen wir erstmal, glaube ich, die Brille hier runternehmen, oder? Nein, nein. Aber Moment, da sind so Ecken dran. Seht ihr das? So Striche. Ich glaube, da müssen wir das abschneiden. Kann das sein? Äh. Ich wollte eigentlich nur diese Schere. Ich finde die nicht... Ja, okay. So, dachte ich mir doch. Beim anderen wird es ein bisschen knifflig. Einfach mal so... Ja, ja, nein, so. Nein, so. Ein bisschen kaputt. Alter, das gibt es doch nicht. Geh doch auf. Okay. So. Die Schere, die tun wir da mal. Ja? No, Bob. Alles gut. Alles gut. So. Oh Gott. Ich weiß nur. Also, ich habe es noch nie komplett gesehen, was man hier machen muss. Ich habe es noch mal ein bisschen gesehen, per Zufall. Das ist also festgeschnallt. Das ist auch ganz interessant. Wir müssen die Augenglieder aufschneiden. Ja, klingt ein bisschen... Bleib so. Bleib so, Bob. Bob. Bleib da oben. Ich habe... Hörst du mir zu? Bob, bleib da oben. Du bist bei mir. Bob. 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 Nein. Nein. Oh, was ist denn da? Eine Acht. Wir schauen diese. Boah, dieses Glas. Okay. Boah, brauchst du was zu trinken? Nein. Nein, hier. So ein Hütchen. Okay. Yo, als ob der jetzt plötzlich mehr Schaden dadurch bekommen hat. Jetzt blutet er am Fuß. Ah, ich habe ein Auge da. Tschüss, Auge. So, okay. Wir schneiden jetzt Augenglieder auf. Das... Ich stecke einfach das Ding rein. Ah. Alles okay. Alles okay. Alles okay. Ah. Ah, ich stecke dem Auge drin. Ah. Okay. Das ist ganz normal, Bob. Alles okay. Ich nehme das wieder. Nein, nein. Okay. Jetzt... Ah. Das... Ich glaube, ich habe es offen. Ja, ich habe es offen. Jetzt nur noch an der anderen Seite. Warte, ich gebe dir vorher mal ein bisschen... Du weißt schon. Ein bisschen die Dröhnung. Oh Gott. Oh nein, nein, nein. Bleib bei mir. Bleib bei mir, Spritze. Oh. So. Genau, das tun wir jetzt einfach mit mir hier. Ja, genau. Du kennst es. Ins Auge. Warum kriegt der jetzt Schaden? Wo kriegt der Schaden? Warum kriegt der Schaden? Wovon kriegst du Schaden? Oh Gott, sieht das komisch aus. Ähm. Okay, wir brauchen wieder Skalpell. Ähm. Wir nehmen das hier. Oh, wir haben gar kein... Doch, wir haben eins genommen. Ich möchte jetzt bitte Skalpell nehmen. Danke. Danke. So. Oh. Pass auf. Da fallen gerade ein paar Scheren runter. Alles ganz normal. So. Wir stecken hier einfach wieder unser Messer rein. Das hat in den Vorhinein auch ganz gut geklappt. Ja. So. Genau. Jetzt tun wir da ein bisschen schütteln. Hier. Bob. Alles okay. Das gehört dazu. Der hier. Ja. Ah. Du blutest ein bisschen am Auge. Das ist ganz okay. Das legt sich dann wieder. Oh Gott. Was tue ich dir nur an? Was tue ich dir nur an? Ah. Ah. Das Auge ist raus. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin ein Mörder. Ah. Oh Gott. Was habe ich dir nur angetan? Was habe ich dein Euglein angetan? Oh, die sind fast durchgeschnitten. Ich kriege das Ding nicht in die Hand, ne? Oh, ich habe es draußen. Und ich glaube, ich habe das Auge auch. Ja. Okay. Ich habe durch ein bisschen Schütteln den sein... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da braucht ihr wieder die Dröhnung. Also. Das kann man jetzt hier rausschlagen. Stimmt's? Gib mir das Auge, Bob. Gib mir das andere Auge. Nicht das. Nein. Ich möchte das andere... Ah. Ah. Oh Gott. Dann muss ich wohl tun, was ich tun muss. Bob. Es tut mir leid. Aber. Danke. So. Wir trennen jetzt erstmal das andere ab. Und dann konzentrieren wir uns ja auf dieses... Letzte. Ja. 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 Fast runter. Ja. Sehr gut. Sehr gut, Bob. Bob. Das machst du... Das machst du prima. Ich bin... Ich bin beeindruckt. Oh ja. Okay. Keine Ahnung, wie das... Oh Gott. Da liegt es am Boden. Oh. Okay. Ja. 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 Eins nach dem anderen. Zack. Und hier. Und dann noch. Oh. 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 Oh Gott. Es schaut mich an. Oh bitte. Komm schon runter. Oh. Das haben wir bestimmt beim nächsten Part nicht so. Oh. Aber es funktioniert sehr gut. Es muss nur noch ein bisschen runter. Ein Faden oder so. Einfach durchschneiden. Mann. Warum will dieser letzte Faden nicht durch? Ja. Jetzt halt. So. Jetzt können wir in seine Seele hineingucken. Go, Bob. Oh Gott, Bob. Oh. Oh Gott. Ich kann jetzt mit meinen Finger da rein. Nochmal bitte. Warte. Ich möchte das nochmal machen. Oh. Oh. Ich habe deine Nase. Guck mal. Ich habe deine Nase. Oder vielleicht auch dein Auge. Wer weiß da schon. He. He. So. Äh. Das waren die Augen, oder? Oh. Scheiße. Ähm. Ähm. Oh. Da haben wir noch ein paar Augen, glaube ich. Oder? Äh. Da haben wir Tabletten. So. Damit es schneller geht und wir schneller im nächsten Part sind und ich nicht restarten möchte, machen wir das jetzt so. Wir nehmen die Schmerzspritze. Das tut mir leid, Bob. Es tut mir echt leid. Es tut mir wirklich leid, oh Bob. Es, es ist, es wird alles besser. Glaubst du mir. Oh Gott. Ich bin ein Mörder. Ich bin ein Mörder. Ich bin ein Mörder. Jetzt steckt es auch noch da drin. Ich bin ein böser Mensch. Ja, diesmal bin ich wirklich ein Mörder. So. Kleiner Cut. Äh. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Wo wir hoffentlich nicht die Augen fallen lassen. Und ich wünsche euch bis dahin einen schönen Tag. Und wir sehen uns bald wieder. Also. Tschüss. Und wir werden nicht vergessen. Tschüss.